Täglich freuen wir uns auf den morgendlichen Kaffee, eine warme Dusche, verlässliche Verkehrsverbindungen, Fernsehen am Abend und schnelle Surfen im Internet. Wir genießen es einfach, wenn alles funktioniert. Und die Salzburger G, die hilft dabei. Ganz schön komfortabel haben es die Salzburgerinnen und Salzburger mit den Services der Salzburger G. Beginnen wir einfach mit den Angeboten von CableLink. Damit klappt die gleichzeitige Nutzung von Kabel TV für einen gemütlichen Fernsehabend gleichzeitig mit Internet und Telefon. Ich kann Ihnen ein CableLink empfehlen, weil wir Salzburg bestes Internet haben mit bis zu 150 Megabit, weil wir 170 tolle Fernsehsender auf unserem Fernsehkanal haben, weil wir 32 HD Sender dabei haben und Sie sich um nichts kümmern müssen. Außerdem können Sie sich bei Fragen jederzeit an uns wenden. Wenn Sie was von CableLink wollen, rufen Sie ganz einfach bei unserer Hotline an und Sie werden auf jeden Fall bestens beraten. Vom Wohnzimmer aber jetzt auf Salzburgstraßen. Auch beim O-Bus ist uns der Komfort wichtig, zum Beispiel mit der Gwando-App. Mit Gwando bekommen Sie Routenplanung, Störungsmeldungen und die Echtzeit-Info für O-Bus und Lokalbahn direkt auf Ihr Smartphone. O-Bus fahren ist sehr komfortabel. Ich fange am Frühstückstisch an, am Handy zu schauen auf Gwando, wann fährt denn der nächste Bus. Ich komme so pünktlich zur Haltestelle, mein Chauffeur nimmt mich mit, bringt mich in die Stadt und die Zeit im Bus kann ich sinnvoll nutzen. Ich schicke meine Mails, lade mein Handy am Ladegerät auf, habe Zeit für mich und komme so ganz entspannt an mein Ziel. Und dort muss ich nicht einmal ein Parkplatz suchen, sondern der Bus bringt mich in die Stadt und es kann losgehen. Wir bleiben auch gleich beim Thema Verkehr. Das Carsharing Emil der Salzburger G ist mit seiner rein elektrischen Flotte die ideale Ergänzung zum eigenen Auto. Wenn man ein Auto teilt, heißt es aber noch lange nicht, dass man auf Komfort verzichten muss. Grundsätzlich ist Emil und Carsharing eine Lösung für Menschen, die kein eigenes Auto besitzen und trotzdem individuell Mobilität genießen möchten. Und das Wunderbare an der Geschichte ist, dass man mit Emil auch zu 100% ökologisch unterwegs ist, weil man keine CO2-Emissionen produziert. Mit Emil brauchen sie sich aber auch keinen Servicetermin ausmachen oder sich um Reifen oder Pickerl kümmern, sondern fahren einfach komfortabel los. Emil ist an 15 Standorten in der Stadt Salzburg ausleihbar. Das bedeutet, es ist fast immer ein Auto flexibel zu buchen. Deshalb braucht man kein eigenes Auto vorhalten. Denn, wie gesagt, man bezahlt den Auto normalerweise 24 Stunden und nützt es maximal ein bis zwei Stunden pro Tag. Kosten, die man sich mit Emil ersparen kann. Aber auch mit dem Online-Service der Salzburger G können sie Kosten und Energie sparen. Der Online-Service ist ein praktisches, interaktives Tool, das unsere Kunden ganz bequem von zu Hause aus nutzen können. Es ist rund um die Uhr verfügbar und ich kann viele Energieangelegenheiten von zu Hause aus erledigen. Beispielsweise den Zählerstand online eingeben oder mich für ein Jahr wieder binden und die Freistrom- bzw. Freigast-Tage aktivieren. Ich muss kein Kärtchen mehr ausfüllen und zur Post bringen. Also das geht ganz einfach und bequem von zu Hause aus. Außerdem kann ich mir meine Rechnungen der letzten Jahre downloaden, auf meinem PC abspeichern oder ausdrucken. Und ich kann auch ein Energietagebuch führen, wenn ich beispielsweise unter dem Jahr einmal sehen möchte, wie sich mein Verbrauch entwickelt hat. Komfort wird also bei der Salzburg AG groß geschrieben. Dadurch können Sie sich auf die wichtigen Dinge des Lebens konzentrieren. Wir übernehmen den Rest. Sehr gut. Untertitelung des ZDF, 2020